Ein Ford Ranger steht hier zum Verkauf. 5 Personen haben in diesem großen silbernen, 5 Thüringen, SUV Platz. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung und vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 150 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 30.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester passing auf Lager Eis und 2 Lager Bester Und den breaken Sie uns. In diesem release